Wie gesagt, ein paar Sportler davon, die anderen wollen auch später kommen. Also wir sind jetzt momentan auf der Öffnungsparty. Hier ist der Akadi. So, jetzt werden wir uns mal in das Publikum mischen. So, jetzt wollen wir mal gucken, wo wir hier sind. So, das ist der Weg zum Cockpit. Now we have a few in the Cockpit. Das ist okay. So, jetzt sind wir auf den Aufschlag. Das ist ein bisschen wie die Aufschlag. Wir haben die Towers auf die Fronten zu ziehen. So, jetzt sind wir die Karte. So, jetzt werden wir die Karte. So, jetzt sind wir. So, jetzt sind wir. So, jetzt sind wir. Der Tape ist noch in meiner Kamera, ich kann es nicht auskennen. Nur mit dem Hämmer vielleicht. Wir mit dem Mikrofon setzen das zusammen. Oh wirklich? Ja. Okay, also das ist der Blick nochmal vom Cockpit aus. Der Tape ist noch in der Nähe. Und das ist noch in der Nähe. Vielen Dank. Hier auf dem Boden ist momentan das Maria-Modell gelandet. Vielen Dank. Hier auf dem Boden ist momentan das Maria-Modell. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So, wir haben jetzt nochmal Zeit euch das Shuttle zu zeigen von innen. So sieht das aus. Das ist ein anderes Design der lustigen Bildschirme. So, wir haben jetzt hier.